Die Proxon-Poliermaschine PM100 Für die fachgerechte Oberflächenbehandlung und den letzten Schliff von Edel- und Nicht-Edelmetallen, Kunststoffen und anderen Materialien Im Lieferumfang zusätzlich enthalten sind zwei Polierschwabbel und ein Universalpoliermittel in Riegelform. Die Schraubzwinge und das Montagewerkzeug dienen zur Befestigung. Die innovative Bauart der Poliermaschine PM100 zeichnet sich durch ihren Wellenantrieb über Zahnriemen aus. Vorteil hierbei, der Motor behindert nicht mehr den Arbeitsbereich. Für den professionellen und sicheren Umgang mit der PM100 muss diese vor dem Gebrauch entweder mit der Schraubzwinge fixiert oder mit vier Schrauben permanent am Arbeitsplatz befestigt werden. Damit das Polierwerkzeug die Polierpaste aufnehmen kann, einfach bei laufendem Gerät den Riegel einen Moment leicht an das Polierwerkzeug andrücken. Dann kann mit der Politur des Werkstückes begonnen werden. Das schlanke Gehäuse um die Hauptwelle ermöglicht, auch die Oberflächen sehr langer und unregelmäßig geformter Werkstücke bequem zu bearbeiten. Die Poliergeschwindigkeit lässt sich mit der feinfühligen elektronischen Regelung optimal an unterschiedlichste Verwendungszwecke anpassen. Dabei ist das üppige Drehmoment des Antriebs unabhängig von der gewählten Drehzahl. Die enorme Durchzugskraft garantiert bei allen Arbeitsbedingungen erstklassige Polierergebnisse. Bis zu der Höchstdrehzahl von 3100 Umdrehungen pro Minute begeistert dabei der extrem ruhige und vibrationsarme Lauf. Durch die Gewinde der Polierdorne können im laufenden Betrieb die Polierschwabbel nicht nach außen wandern und bleiben sicher fixiert. Das Wechseln der verschiedenen Einsatzwerkzeuge ist sehr einfach und bedarf nur weniger Handgriffe. Einfach Polierschwabbel von dem Polierdorn abziehen bzw. wieder aufschieben. Mittels der beiden Polierdorne zur Aufnahme verschiedener Polierschwabbel können Vorarbeiten und Entpolieren ohne Wechsel des Schleifwerkzeugs durchgeführt werden. Kleinere, aber auch größere Schmucksachen können problemlos aufpoliert werden. Für optimale Zugänglichkeit der Polierwerkzeuge lassen sich die Schutzhauben ganz einfach verstellen. Somit stellt auch das Bearbeiten von sperrigen Werkstücken kein Problem dar. Für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten gibt es das ideale Zubehör in gewohnter Proxon-Qualität. Je nach Material werden verschiedene Polierscheiben benötigt, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Auswahl reicht von sehr weichen Mikrofaser-Polierschwabbel, geeignet zum Glanzpolieren von Edel- und Nicht-Edelmetallen, bis zum stabilen Filzpolierrad, passend zum Hochglanzpolieren unterschiedlicher Oberflächen. Die Proxon-Poliermaschine PM100 – ruhiger Lauf für sauberes Arbeiten. Proxon – Geräte mit Charakter – Geräte mit Charakter Vielen Dank.